Hallo meine Lieben, wie geht es euch? Ja, ich wollte ja, in meinem letzten Video habe ich ja gesagt, dass ich was gesehen habe über den Zorn Gottes, glaube ich. Und mir ist es nicht mehr bewusst gewesen, wo es war. Ich habe gedacht, es war im Neuen Testament, aber hallo, es war im Alten Testament. Moment, und ich habe das gesehen über den Zorn Gottes, und zwar in Jesaja 13. Und ich will das heute mal wirklich teilen, weil wir ja so nahe sind, wirklich am Zorn Gottes. Und so viele sind immer noch durcheinander, von dieser Dispensionslehre total verführt. Und viele denken halt immer noch, irgendwann mal nach der Entrückung kommt diese Trübsalzzeit. Matthäus ist eindeutig, dass diese Trübsalzzeit kommt vor der Zeit, wenn die Sonne dunkel wird. Und heute sehen wir in Jesaja eindeutig, dass wenn die Sonne dunkel wird, der Mond seinen Schein verliert, und die Himmelskörper durcheinander kommen, dass das der Tag des Herrn ist. Matthäus 24, 29, Markus 13, ich glaube 24, und Lukas 21, 24, sagt uns das eindeutig. Er benutzt nicht das Wort Tag des Herrn. Aber die Beschreibung müsste uns, wenn wir das Alte Testament kennen, die Juden haben das Alte Testament gekannt, die haben ganz genau gewusst, die Jünger haben ganz genau gewusst, über was Jesus redet. Und sie haben nicht benutzt, ha, der Tag des Herrn. Aber wenn wir das Alte Testament kennen, wissen wir ganz genau, dass es der Tag des Herrn ist. Tag des Herrn ist diese letzten tausend Jahre der Menschheit. Ja, tausend Jahre, Tag des Herrn. Es ist nicht ein Tag, es sind tausend Jahre. Und als allererstes kommt der Zorn Gottes. Weil er da die ganzen Sünder vertilgt. Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Ich weiß, so many sagen, ja, aber Gott ist die Liebe, wie kann er jemanden umbringen? Ja, die bringen sich ja gegenseitig um. Er veranlasst das halt irgendwie, ich weiß auch nicht. Viele Leute denken halt, weil es passiert, hat es Gott veranlasst. Ja, aber die bringen sich ja gegenseitig um. In jedem Krieg werden Menschen benutzt, um sich gegenseitig umzubringen. Wir lesen ja, dass Gott die Leute verblendet, weil sie die Wahrheit ablehnen. Ja, das sehen wir ja immer wieder. Ja. Ich glaube, das letzte Mal habe ich gelesen, erster Römer 1. Ja, wie er die Leute verblendet, weil sie die Wahrheit ablehnen. Und sie dadurch homosexuell werden. Ja. Aber nur weil sie das angefangen haben. Ja, ich habe ja auch Leute gehabt, die wieder Sachen gesagt haben über Calvinismus. Dass Calvinismus stimmt. Und mir eine ganze Liste von Versen gegeben haben. Die aber, wenn man sie richtig anschaut, nicht sagen, dass Gott einfach so da jetzt dann wählt. Er hat schon seine Kriterien, die er benutzt, um die Leute zu wählen. Und zwar die wählt er nämlich, die ihn annehmen. Ja. Die wählt er nämlich dann aus. Nicht einfach so, gerade so, ne. Ja. Sonst wäre er ja ein Diktator. Muss ich dazu sagen. Aber ich darf mich hier nicht abbringen lassen. Also kommt der Zorn Gottes, wenn der Tag des Herrn anfängt. Das heißt, die 6000 Jahre Menschheitsgeschichte ist vorbei. Und dann fängt der Tag des Herrn an. Die 1000 Jahre von Jesus. Aber zuerst muss er seine Feinde vertilgen. Warum? Guckt euch das System an. Was habe ich in meinem letzten Video besprochen? Ja. Was für ein korruptes System haben wir? Die Leute gehen auf die Straßen, weil sie ganz genau wissen, wie korrupt unsere Regierungen sind. Ja. Sie haben die Nase voll. Aber es wird sich nicht ändern, weil diese Regierungen ja eingestellt sind von Satan. Die können gar nicht anders sein, weil sie korrupt sind. Weil sie nur unter Kontrollen stehen. Und sie benutzen natürlich immer die Leute, die auch noch korrupt sind, um ihre Schmutzarbeit zu tun. Das macht nicht Satan. Er kommt nicht und bekämpft uns, sondern er benutzt die Menschen. Und jetzt die Menschen, weil er genau weiß, dass es genügend Menschen gibt, die so böse sind. Ja. So böse. Und das hatten wir in den letzten 6000 Jahren. Wir hatten, und besonders in den letzten 2000 Jahren, hatten wir Satans System. Das Tiersystem. Ja. Diese Weltreiche sind Tiersysteme. Wenn wir die Weltreiche wirklich anschauen. Sie sind nichts als korrupt. Sie nutzen die Leute aus. Sie sind nichts als Ausbeutung. Ja. Sklaverei. Ausbeutung. Verführung. Lügen. Und dieses System muss Jesus zuerst zerstören. Es geht nicht anders, meine Lieben. Ja. Wie gesagt. Ja. Er ist nicht. Gott ist nicht total immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Weil die Welt nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Jesus kann nicht ein Reich anfangen, wenn noch das Alte existiert. Also muss es zerstören. Es muss zerstört werden, um etwas Neues zu kreieren. Und das passiert während dem Zorn Gottes. Und das sehen wir nun hier. Wir können das anfangen. Als Seher 13 schreibt, wo Jesaja 13 schreibt, die Last über Babel. Aber, da muss ich dir zusagen, das hat Jesaja geschrieben. Aber wenn man das liest, merkt man sofort, dass es hier um die Endzeit geht. Ja. Um den Zorn Gottes. Zorngericht. 3 steht am Ende. Zorngericht. Ja. Zu meinem Zorngericht. Heuch. Lärm auf dem Berg, wie von einem großen Volk. Heuch. Getöse. Ja. Und dann 6. Heult, denn der Tag des Herrn ist nah. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Ja. Wir wissen ganz genau, er lässt es schon zu. Aber wer macht diese Verwüstung? Das sind die Nationen der Erde. Wenn wir Offenbarung lesen, ja, Offenbarung 16, 12, da wird dieser Hamageddonkrieg beschrieben. Und genau so, ja, passiert es. Ja. Es hat damals schon Jesaja geschrieben. Ja. Deshalb werden alle Hände schlaff und die Herzen jedes Sterblichen zerschmilzt. Die Herzen der Sterblichen zerschmilzt. Sie sind bestürzt. Krämpfe und Wehen ergreifen sie. Sie winden sich wie eine Gebärdende. Einer statt den anderen an ihr Angesicht, ihr Angesicht glühen. Siehe, der Tag des Herrn kommt. Wieder. Ja. Der Tag des Herrn. Tausend Jahre. Tag des Herrn. Und umbarmherzig mit Krim und Sonnenglut, um die Erde zu Wüste zu machen. Und die Sünde daraus zu vertilgen. Ja. Wir sehen das auch, wenn wir, ich habe ja das schon angesprochen, Jesaja 26, 19 bis 21. Da steht es eindeutig in Vers 21. Lies das nochmal, wenn ihr das wieder vergessen habt. Und ich werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Das sagt er eben genau an diesem Vers. Jesaja 26, 21. Und ich will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gewaltigen erniedrigen. Ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold und den Menschen seltener als Gold von Ophir. Darum will ich die Himmel erschüttern und die Erde soll von ihrer Stelle abschrecken oder aufschrecken. Wir hören ja, dass jede Insel und jeder Berg sich bewegen wird. Da sehen wir das. Vor dem Zorn des Herrn, der Herrscher. Und zwar am Tag der Glut seines Sonnes. Ja, das Rest dann könnt ihr lesen. Sie werden sein wie verscheuchte Gazellen und wie Schafe. Wenn man aber erwischt, der wird durchbohrt und wer ergriffen wird, der fällt durch Schwert. Ihre Kinder werden von ihren Augen zerschmettert und ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Leute, genau das finden wir wieder in Zachariah 14. Und Zachariah 14 redet von Jerusalem. Das heißt, hier kommt nicht nur Babylon zu Schande, sondern auch Israel. Alle Ungläubigen, alle die nicht an Messias glauben, kommen zu Schande. Weil ja in dieser Schlacht kommen ja die Könige vom Osten nach Israel. Im mittleren Osten und verwüsten Israel. Und führen Krieg gegen eben das Tier, beide Tiere und diesen falschen Propheten. Und wir wissen, wo wir wieder diese Dinge finden im Neuen Testament. Sie, ich erwecke die Mäder gegen sie, die das Silber nicht achten und am Goldkein gefallen haben. Und ihre Bogen werden junge Männer zu Boden strecken. Sie werden sich über die Leibesfrucht nicht erbarmen. Das heißt, auch die Kinder im Bauch werden sie halt dann umbringen und keine Mitleid mit den Kindern haben. Sie wird nie mehr bewohnt werden. Er redet hier von diesem Gebiet. Wird sein wie Sodom und Gomorra. Und sie werden nicht mehr wieder besiedelt werden. Kein Geschlecht, weil es total zerstört ist. Ja, wilde Hunde werden dort heulen. Ja, es wird total zerstört sein. Genau wie Sodom und Gomorra. Und wenn wir lesen in Offenbarung 16, ja, 12 bis 16, diese Schlacht, diese Hamageddon-Schlacht, dann sehen wir, wie diese Hamageddon-Schlacht, ja, was für Mittel sie da benutzen, während dieser Hamageddon-Schlacht. Und ich wollte euch das halt zeigen, damit ihr wieder mal erkennt, dass diese Dispensionslehre total falsch ist. Wir sehen ja halt auch eben in Jesaja, Jesaja sagt das uns in Jesaja 26, 19 bis 21, dass der Zorn Gottes nach der Auferstehung kommt. Hier sehen wir nicht, wann die Auferstehung ist. Hier sagt er das uns nicht. Er sagt nicht, ja, ja, zerstören diese Leute auferstehen. Aber dann in 26 sagt er es. Gott sagt es ihm dann. Und das ist der gleiche Zorn Gottes, den Jesaja beschreibt in Jesaja 26. Ja, gleiche Zorn. Der Tag des Herrn. Und nach der Entrückung, was viele Entrückungen nennen, das heißt die Auferstehung der Toten, die ihren neuen Leib bekommen, und dann die Umwandlung von den noch Lebendigen und Jesus Christus nimmt sie heraus, das wir viele Ebenenrückungen nennen. Und viele sagen, das gibt es ja gar nicht. Na, natürlich gibt es. Weil Gott diese Leute nicht hier lässt, seine Heilige nicht hier lässt, wenn er seinen Zorn ausschüttet. Genauso wie er Noah beschützt hat und auch Lot herausgeführt hat aus Sodom, genauso wird er das mit seiner Brau tun, mit seinen Heiligen. Er wird sie herausnehmen und er wird sie in den Zimmern beschützen, die er jetzt bereitet. In diesem neuen Jerusalem. Ja? Er bereitet jetzt ein neues Jerusalem vor. Leute, das ist nicht symbolisch. Viele denken, na, das ist symbolisch. Nein, das ist nicht symbolisch. Es ist wirklich. Er bereitet wirklich Wohnungen vor. Das hat schon Abraham gewusst. Er hat schon gehofft auf dieses himmlische Jerusalem. Auf diese himmlische Stadt. Er hat schon darauf gewartet. Und im Alten Testament wird es auch immer ständig beschrieben. Diese himmlische Stadt, die herunterkommen wird. Hesikiel hat sie gesehen. Und dann Johannes hat sie gesehen in der Offenbarung. Es ist kein Symbolik. Es wird wirklich sein. Wie es sein wird, weiß ich nicht. Weil die Technologie, die Gott benutzen wird, die ist ja sehr weit von dem entfernt, was wir überhaupt hier heutzutage Technologie nennen. Sag ich ja immer wieder. Wir haben keine Ahnung. Wir sind so primitiv. Wir sind wirklich primitive Leute noch. Wenn man sich das wirklich überlegt. Na gut, wir wohnen ja, wir leben ja in einer dreidimensionalen Welt. Da kann man nicht viel erwarten von Menschen. Ja. Das Gehirn ist halt nicht so weit. Aber, naja. Liest das nochmal. Liest nochmal Jesaja 13. Und dann überlegt, wo finde ich diese Stellen im Neuen Testament. Ja. Geht dann zu dem Neuen Testament und liest diese Stellen. in Matthäus 24, in Lukas 21, in Markus 13, in Offenbarung 6. Johannes hat es nicht in seinen Evangelium gebracht. Er hat es dann in der Offenbarung gebracht. Ja. Diese Dinge, die Jesus ihnen erzählt hat. Ja. hat er dann so reingebracht. Da hat er ja auch gesagt, die Sonne wird dunkel. Und ja, dass sich halt jedes, die Himmel wird aufgerollt. Und dass jede, jede Insel und jeder Berg sich von ihrem Platz bewegt. Und genau das hat halt hier Jesaja beschrieben. Ja. Heult in 6. Denn der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Wie gesagt, er muss alles verwüstern. Und wir sehen heute die Zeichen. Wir sehen heute die Zeichen. Und wisst ihr, dass die, dass die, dass die Obrigen, also die, die Elite auch weiß, was kommt. Ich denke halt schon zum Beispiel dieser Great Reset. Ja, der ist absichtlich auf 2030 gelegt. Ja. Absichtlich. Die wissen ganz genau, dass irgendwas kommt. Um diese Zeit. Deswegen ist es denen ganz egal, ob alles zusammengekracht. Ja. Es wird nichts mehr gerettet, meine Lieben. Wir gehen jetzt, die absichtlich lassen, die uns zugrunde gehen. Unsere Wirtschaft zugrunde gehen. Die wissen ganz genau, dass was kommt. Ja. Und dass dann alles zerstört ist. Viele denken halt noch, sie retten sich dann in ihren Bunkern. Ja, die ganzen Elite bauen sich ja Bunker. Die bauen sich ja schon jahrelang Bunker. Der letzte Bunker, den ich gehört habe, Zuckerberg hat in Hawaii, baut sich in Hawaii einen Bunker. Und wer ist das? Der Elon Musk hat sich jetzt auch da einen Bunker gebaut irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, wo in New Mexico oder sonst wo hat er sich den Bunker gebaut. Ja. Die bauen sich ja alle Bunker. Weil sie Angst haben, weil sie ganz genau wissen, es kommt was. Ja. Und wir müssen, wir brauchen uns nicht jetzt in dem Sinn vorbereiten, weil wir wissen, wenn der Zorn Gottes anfängt, wird Jesus uns herausnehmen. Er wird uns, wir werden in die Zimmer gehen, die er vorbereitet hat und werden uns da verbergen, bis der Zorn vorüber ist. Und dann werden wir mit ihm in den Wolken erscheinen. Wiederum könnt ihr Zachariah anschauen, Zachariah 14. Ja. Da sieht er das auch. Dieser Zorn Gottes, Tag des Herrn, Zorn Gottes, die Schlacht, was eben durch Jerusalem durchmacht. Und wie dann Jesus erscheint mit seinen Heiligen, ja, im Himmel, ja, liest das nochmal parallel zu dem hier. Weil dann bekommt er endlich mal eine Idee, wie die Endzeit vor sich geht. Damit er aus dem ganzen Endzeit, äh, Endzeitabfolge von Dispensionalismus endlich wegkommt. Damit er endlich nicht immer denkt, da der Antichrist muss noch kommen. Oh, dann kommt irgendwann mal noch die große Trübsalzzeit, ja. Und während der großen Trübsalzzeit muss der Tempel gebaut werden. Leute, guckt euch den Zorn Gottes an. Wird da ein Tempel noch gebaut? Ich glaube es nicht. Ganz schon ganz bestimmt nicht während dieser Zeit. Wenn die Könige des Ostens kommen. Ich weiß nicht, wann das sein wird. Weil irgendwann kommen ja dann auch noch die zwei Zeugen. Jetzt jetzt, hier wird auch nicht gesagt, wann genau dieser Zorn Gottes anfängt, ja. Es kann sein, dass die katastrophischen Ereignisse noch passieren. Und wir wissen ja auch von der Abfolge von den Dingen, die passieren während dem Zorn Gottes, ja. Dass erst im, ähm, die, was weiß ich, die sechste Zorn, ne, fünfte, sechste Zornschale, ja. Ist ja erst dieser Krieg, ja. Das können wir hier auch noch einatmen. Diese Zornschalen, ja. Von diesem Zorn Gottes, ja. Dieser Krieg, der kommt ja erst an sechster Stelle, fast am Ende. Und vorher passieren diese ganzen Katastrophen, ja. Muss man dazu sagen. Er schreibt das hier nicht. Er schreibt hier nichts von Katastrophen. Aber das wissen wir von anderer Stelle, dass diese Katastrophen kommen. Er schreibt hier, dass die Sonne dunkel wird und der Mond seinen Schein verliert, ja. Ja, das sagt er hier. Er hat die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Das ist in Vers 10. Diese Dinge kommen ja vorher. Er bringt da nicht viel ein, wer ist, ja. Und wir wissen dann eben von der Offenbarung, 16, die ganzen Dinge, die passieren werden. Und die passieren dann zuerst. Aber während der Zeit kann ja schon der Dritte Weltkrieg von sich gehen. Und dann eben, wie lange wird es dauern? Und dann kommt eben am Ende von dem Zorn Gottes dieser Krieg noch dazu. Dieser letzte Krieg, dieser Hamageddon-Krieg. Wir müssen das alles einordnen. Ja. Zeitlich einordnen. Er schreibt hier nicht alles ganz genau chronologisch. Nirgends finden wir das chronologisch. Na gut, vielleicht eine Offenbarung haben wir eigentlich viel chronologisches, ja. Abfolge. Zum Beispiel, wie der Zorn Gottes vor sich geht. Chronologisch. Ja. Dann können wir das vergleichen. Aber als nächstes, meine Lieben, wird, wir sehen die Anbahnung, deswegen wissen wir das, die Anbahnung vom Zorn Gottes. Von den ganzen Katastrophen, die passieren werden. Und da sehen wir jetzt die Anbahnung. Wir sehen jetzt auch schon die Anbahnung, eben, dass alles zerstört wird. Ja. Dass unsere ganze Wirtschaft zerstört wird, weil sie halt wissen, es kommt was. Die Obrigkeiten wissen das. Oder zumindest die wirklich, die Drahtzieher sind, wissen das. Die schon das Ganze geplant haben. Die wissen das. Vielleicht die Vordermänner nicht. Die Dummen, die in unserer Regierung sitzen, die wissen das nicht. Die lassen sich halt auch voll blabern von den ganz hinteren Drahtziehern. Ja. Weil sie Geld wollen oder Macht oder sonstige oder was weiß ich was. Was sie alles wollen. Ja. Aber es wird alles heute vorbereitet. Wann, wissen wir nicht genau. Aber, Leute, ihr müsst euch überlegen. Je länger es geht, desto näher kommen wir. Nicht umgekehrt. Ah, weil er jetzt dieses Jahr oder vorletztes Jahr nicht gekommen ist. Ja, dann braucht er in den letzten 20 Jahren auch nicht kommen. Nein, so ist das nicht. Je mehr, dass er nicht kommt, wissen wir, dass er ihm sogar noch näher ist. Ich hoffe, dass er das versteht. Ja. Wenn er halt letztes Jahr nicht gekommen ist, dann ist die Möglichkeit ihr sogar noch größer, dass er bald kommt. Wir kommen ja näher und näher an die Zeit. Das heißt aber nicht, dass er nicht kommen wird. Weil wir ja die Zeichen sehen. Und die Zeichen, die schreien gerade so in unser Gesicht. Die Leute, ja, diese weltlichen Leute, die halt jetzt da demonstrieren, wie es sind, Bauern aufständen da. Ja. Das sind weltliche Leute, die haben keine Ahnung, dass sie eh nichts erreichen. Natürlich müssen sie was tun, weil sie wissen ja gar nicht, ja, dass das Ende nahe ist. Sie denken, sie leben noch 20 Jahre oder 30 oder sogar 40 Jahre. Ja, weil es halt so schon immer war. Denken sie halt, sie leben auch bis 80 oder 90. Und sie haben keine Ahnung, was kommt. Sie haben keine Ahnung, was kommt. Wir wissen es. Ja, wir wissen es. Und deswegen müssen wir uns oder können wir uns dementsprechend verhalten. Wir wissen, dass das System, ja, dass sie auf alle Fälle kein Interesse an dem System mehr haben. Aber ich komme zum Ende, meine Lieben. Ja, liest das nochmal, damit ihr die Ahnung habt, was alles passieren wird. Wie gesagt, wir sind so nahe dran. Nahe, nahe, nahe dran. Ja, so nahe dran. Und wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Weil viele, denke ich, dass die Hoffnung aufgeben. Weil ja, schon jahrelang ich jetzt sage, ja, der Herr kommt, der Herr kommt. Und viele andere sagen auch, der Herr kommt, der Herr kommt. Ja, er ist aber noch nicht gekommen. Aber deswegen dürfen wir nicht aufgeben. Petrus hat das gesagt. Ja. Er hat gemeint, gibt nicht auf. Ich muss mal gucken, ob ich es finde. Ja, es ist in 2. Petrus 3. Und zwar steht da in Vers 3 dabei, sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihrer eigenen Lüsten wandeln. Und sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seit die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es am Anfang der Schöpfung angewiesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser entstanden hat, durch das Wort Gottes. Ja, wir können dann weiterlesen. Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für eine in ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. Und dann geht er weiter, es wird der Tag des Herrn kommen, aber wie ein Dieb in der Nacht. Ja, und dann sagt er was Interessantes, was eigentlich das ganz Ende ist vom Tag des Herrn. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen und die Elemente aber vor Hitze sich auflösen, die die Erde und die Werke darauf verbrennen. Das ist ganz am Ende von dem Tag des Herrn. Da hat also Johannes oder der Petrus nichts dazwischen gesehen. Ja, diesen tausend Jahren, die wir dann auf der Erde sind. Er ist dann gleich gesprungen bis ganz zum Ende, bis alles zerstört war. Ja, und das müssen wir wissen. Weil manche sagen dann, ja, guck, da hat der Petrus das gesagt. Dass da kein tausendjähriges Reich ist. Nee, er hat das halt nicht gesehen. Er hat halt da jetzt den Tag des Herrn und dann war er gleich am Ende, weil er das gesehen hat. Und er es nicht verstanden hat. Vielleicht hat er es nicht verstanden, dem Tag des Herrn. Weiß es nicht. Aber wir müssen da immer aufpassen, ja. Aber er sagt halt genau das, dass am Ende die Leute kommen, ja, die Spötter kommen. Am Ende kommen Spötter. Am Ende kommen Leute, die sagen, ja, kommt ja eh nicht, ja. Und dann vergessen sie das. Dann leben sie halt trotzdem wieder in der Welt weiter. Ja, wir müssen doch planen, ja. Wir müssen doch irgendwas planen in der Welt. Ja, wir können nicht gerade so in die Welt hineinleben und jeden Tag auf Jesus Christus warten. Warum nicht? Warum nicht? Warum können wir nicht jeden Tag auf ihn warten? Wenn wir nicht jeden Tag auf ihn warten, Leute, das haben genau diese Töricht den Jungfrauen gemacht, ja. Sie waren nicht vorbereitet. Warum? Weil sie beschäftigt waren mit der Welt. Ja, kapiert ihr das? Sie waren mit der Welt beschäftigt. Wie sie alles geplant haben in der Welt. Sie waren nicht vorbereitet. Sie waren nicht vorbereitet auf den Herrn, weil sie sich nicht konzentriert haben auf den Herrn. Ja? Aber ich komme jetzt ab von meinem Thema. Ich will ein neues Thema anfangen. Aber ich wollte das dazu sagen. Seid vorbereitet. Und nicht seid vorbereitet, sondern bereitet euch jeden Tag vor. Für den Herrn, auf den Herrn. Kommen wir zum Ende. Lasst den Heiligen Geist euch leiten. Vielen Dank.